Hallo Freunde auf unserer kleinen Farm. Ihr seht, wir sind wieder mit dem Traktor unterwegs. Das heißt, wir werden heute mit dem Rücke-Schild wieder ein paar Stämmchen aus der Schlucht ziehen und wieder schön ordentlich ablegen, dass das halt nicht aussieht wie Sodom und Gomorra. Sehr anspruchsvolles Gelände hier. Hier waren wir schon zu Gange gewesen, da haben wir schon ein bisschen nachgearbeitet. Feines Feuerholz rausgeschnitten noch. Oh ja, das war noch ein Strumpf, den können wir noch nachbearbeiten. Alles was so liegen geblieben ist, haben wir da schon sauber gemacht. Bis gleich. So, hier sind wir an unserer Brückegasse. Jetzt fahren wir hier mal ganz geschmeidig rein. Ohlala. Aufpassen hier. Von der Höhe her. Nicht, dass du hängen bleibst. Wenn du einen Hublader zu weit oben hast, macht es einen großen Druck und dann steigst du nach vorne ab. Muss man bitte gucken. Muss man bitte vorsichtig machen. Dann sollte das funktionieren. So, da sind wir. Und einmal abgestiegen vom Monstrum Gigantum. So, das ist er. Ja. Rückgeschild. Bestückt. Beil. Säge. Schlupf. Schägel. Umlenkrolle. Ach siehste, ja. Anbei. Da zeige ich euch heute gleich nochmal, was wir das letzte Mal verpasst haben. Und dann mit dem Querziehen. Ja. Wie man das anschlägt an den Baum und dann so das halt nicht passiert. Das werde ich euch heute nochmal mit zeigen. So, jetzt gucken wir uns die ganze Geschichte nochmal an. Das wir das auch schön gerade ziehen. Passt auf. Und wie wir sehen, bleiben wir total schräg da. Müssen wir uns nochmal neu einrichten. Und dann sollte das funktionieren. Bis später. Bis später.